Mein Name ist Alexander Roschonek, ich bin Freelancer und seit 31 Jahren als Kameramann tätig. Mit meinem Equipment arbeite ich für unterschiedliche Fernsehsender im deutschsprachigen Raum. Mein Aufgabengebiet geht vom News-Bereich von Dokumentationen bis hin zur Werbung. In Österreich, in dem Land, in dem ich lebe und großteils drehe, nimmt das Gebirge benahe zwei Drittel der Landesfläche ein. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Themen mit dem Gebirge zu tun haben. Zum Beispiel der Skisport, die Nummer 1 in Österreich. Der UF überträgt sämtliche Skirinnen auf der ganzen Welt und ich bin mit dabei. Mit meiner Sony R5 und dem Sachtler Flowtech-Stativ mit seinem neuen Korpus und den 4,5 Kilo bin ich bestens ausgerüstet. In dem Flowtech-Stativ wurde sehr viel Hirnschmalz investiert. Zum Beispiel die Beinverringelung direkt unter dem Schwenkkopf, die Schnellverschlussklemme zum Geradestellen des Schwenkkopfs oder die Mittelspinne mit ihrer Schnellverschlusstechnik erleichtert die Arbeit ungemein. Es ist in allen Situationen leicht zum Handeln, stabil oder robust, angenehm zu tragen auf der Schulter oder mit dem Griff. Und wenn wir nur zu zweit unterwegs sind, bleibt mein Baby-Stativ zu Hause, denn mit dem Flowtech komme ich auf eine Optikhöhe von 53 cm. Mit dem Stativ zu arbeiten, macht einfach einen Riesenspaß.